ja herr willkommen mein name ist dann ihre lb und ich begrüß euch zurück zu let's play kingdom h2 final mix in der letzten folge haben wir halloween town ein bisschen weiter gründet und weihnachtsland und wir sind epic center ich meine nikolaus begegnet und ogie boogie und malefiz alle sind sie ihr weil wir wollen sie hier irgendwas machen und wir werden jetzt einfach mal ich weiß nicht warum ich das gemacht habe weitergehen weil ogie boogie ist da unten im haus von nikolaus und wir haben irgendeine politik umsetzen sturm satz bin ich beim schlocken schnitzschneider in diesen abwärts und ich weiß nicht mehr welcher dick schädel war ja das ist das möchte ich haben so gut überheilung hat auch dann ist mir aufgefallen die weisen fahren können wir auch nicht mehr auf leveln das heißt wir können nur noch rufen auf der welt geil wir schon soweit voraus in unseren termin kalender wird dann auf nach dem haus von nikolaus hat kommen wir ja oder so hat die kristall sind eigentlich die größten sachen deswegen einfach die leiste verballern einfach nur verballern das war zehn haben sehr gut ich weiß ich weiß leute jetzt nicht so viel ab in den kommentar sektion gerade jetzt kein jetzt ein speicher leute hier ein hallo ich habe jetzt eigentlich hat auch mehr ap bekommen letztens ich habe mehr die haben die gastkarakter immer mehr ap warum dort kommen wir ja google ich glaube ich dazu kommen rufen einzusetzen obwohl vielleicht doch aber es wird nichts bringen das mal das mal aufhören andere leute zu war ihr checktet ah oogie ha 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 you and i have a score to settle jack same goes for your little side chicks what are you planning to do with sandy claws oh my god sandy claws i don't know what you're talking about and why is this roly-poly red guy here time to go manche ich sage wie bitte ich dann voll spaß das ist ein bei guckst du dann auf das bein hallo so ein gespürt ich erkläre uns wie der boss kommt funktionieren wird wir können ein boss kommt auch erklären oder ok ok so wie er hat sie mit mir und ich mach mal den ja verdi verdi hey man ist ein geschenk drin erwartet denn ein geschenk bei sich dann einfach aber ha 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 natürlich nicht wieder geschickt was ist dann da muss man schon immer so da ist ein ding ein ein sticker fosenthal war ich das wäre man macht das ding kaputt nach links schuss schuss berlin hole in one ow wo drei fleißig ich bin ich hoch oder von den stacheln getroffen geil ich erkennt die neue hinterher damit ein kann ich jetzt da rein oder nicht nachher ja weg und wohnheit nein ich habe ein geschenk kaputt gauern wir sollten eigentlich oder auch nicht noch zwei dinger verteilt super ja ich habe ja so ist weiter abläuft damals nein ich denke mal wenn diese wunderttypen herauskommt hat ich nicht mehr das ding benutzen kann nein du sag wortwörtlich es ist witzig weil er ist ein sack da ja 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 weil ja 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 auch ja wollte schon sagen jetzt noch mal eine runde drehs kein problem bis jetzt ist ja noch nicht zum punkt fand ich war immer eine ekelhaftesten zählen im film dann war es so real an wird dort hast käfer anscheinend christmas ist safe perfect I'd better get down to business yep you ought to stick to halloween spooky ja hier it's done wonderful why I love it thank you sally jack do you really have to do this but I make a splendid sandy clause listen here jack skellington you saved me in christmas as well and for that I'm very grateful but please promise you won't cause any more trouble and about that suit don't even think about taking over for me again I just thought you could use a little help this year mr. Claus you must be exhausted from all the preparations and I wouldn't mind a second chance to get this christmas thing right yes being santa claus can be tiring but let me tell you something jack seeing the happy faces of little children when they discover the presents I've brought them makes it all worthwhile year after year after year and you jack you love to make them gasp see them shiver with fright what if someone tried to take all of that away from you huh we both have very important jobs to do jack mine is to take care of christmas and yours is to take care of halloween so we each have to do the very best we can after all you're the in the face of halloween mr. jack skellington the pumpkin king the night of nightmares and even though you're fascinated with christmas jack halloween is your true specialty don't you see children rely on both of us to do our jobs halloween needs your attention and i know christmas needs mine urgently you're right i am the master of terror and if halloween has become too routine all i have to do is think of something new that'll really make them scream jack skellington jack skellington wo wir bloß nichts neues aus du kannst irgendwie komische botschaft ich muss ihn mit meinen schlüsselschwert anstrahlen man muss immer diese szene kommen ich verstehe nicht ging mal ein bisschen besser gemacht aber okay sagt ja nichts bei meinungsäußerung wie kann ich es wagen wir werden gehen bevor you do sorry i believe there's a friend of yours who is the one who told you there's no such thing as santa claus meint man nikolaus wasser jetzt die schurte give him my very best wishes i will but do you know i can find riku no but don't give up my number if you believe in riku you will find him just as you found me right okay und bleibt glaube ich nur eine welt magnet element online ich habe ich dort alles auf einmal machen ja da jetzt will ich mich die ganze zeit hin und her gehen ich glaube man kriegt auch zwischendurch gar nichts ja ich weiß wir machen erstmal weiter hier mit dem geweihten land alleine kann ich nichts auf der wenn glaube ich hat maria als welt so am ende machen ja wenn wir zwei drei sachen auf einmal haben mich hier ist mein und her gehen ich habe meinen kleinen löwen und wie ja die die schwerkraft vollkommen zerstören nein mein größer albtraum da war doch noch eine menge platz und wie ein direkt mit der schlimmsten zähne ihr konfrontiert da leh ja NOOOOO! 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 Okay Und ich bin ein Löwe Ich habe ja eine Schildkröte Und da ist ein Vogel Hörtlich? Ich weiß nicht, Sora Ich habe das Gefühl, dass sie hier hier leben könnten Ich habe keine Angst! 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 Ja, das stimmt! Nimm dich nicht! Wir lieben dich, wenn du mit dem Essen gehst Ähm... Wir haben nichts gebracht, um zu essen Hehehehe Das wird nicht ein Problem Gorscht, Sora Ich denke, wir sind der Essen Gorscht, Sora Ich denke, wir sind der Essen WAAAAAAH Whoa! Going somewhere? Man, dass Skars gar nicht die schlimmsten Ist es für ihn passiert? Oh Gott, zum Glück haben wir Goofy. Er ist nicht fair, muss ich nicht so schnell bewegen, da kann ich Zeitlasten, da werden die Kartenkriege, das ist nochmal sehr gut. Durch eine ganze Menge neue Abilities, als wir kommen plus on deckschäde. Ich habe hier noch neue Magnet, die ich nicht so oft benutzen, also so oft wie gar nicht, nicht so oft so wenig gar nicht. Genau wie Reflex, man hat überhaupt schon verdammt. Was wir jeden Abend machen, suchen die Welt zu retten. Ja, ich habe jeden Abend gesagt, weil ich tue immer abends aufnehmen, deswegen macht es schon wieder Sinn. Okay, wo, 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 wo. Das ist auch mobile Magie, so wie die Weisenformen. Erstmal können wir Lauf Magie ansetzen, genau wie in der Weisenformen, geil, wat? Pridelands? Wauw! Wauw! Hey, do you know if a guy named Riku is there? Or some bad guys in black hoods? Or maybe this really big bully named Pete? Oh, well, we might as well go take a look anyway. Wait, the Pride Lands are dangerous. Scar and the hyenas have made things unbearable for everyone. There's no food left. They've driven off the prey. We're about to star. We can handle a little danger. You just saw us beat those heartless, didn't you? I guess you're right. You could be just what the kingdom needs. Maybe you can help us. You mean take on this scar guy and all those hyenas? Star? He took over when our last king, Mufasa, died. So you're saying, this guy is your king? You want us to take down your king? Wait just a minute. We can't just go around knocking kings off their thrones. Then again, if they see that I'm stronger than their king, maybe they'll ask me to be their next king. Sora? I'd have to refuse of course. I'd have to refuse of course. I'm just a fan of them. So you guys don't mind lending him a pot, do you? Uh oh. There we go again. She's gonna go on ahead and tell the other lionesses. We're supposed to meet her at a place called Pride Rock. Okay. Okay. Das kann doch überall sein. Dann gibt's nicht so viele Wege. Oh Gott. Da drückt man hier noch Schatten durch. Entgegen. Ich denke, ich schaff das nicht als Löwe oder was. Respektlos. Nein. Nein. Wir nehmen natürlich wieder alles auseinander, was uns gefährlich ist. Gut. Start. Ich habe keine Karte. Ich war jetzt auf irgendeine Karte. Gucken. Ich habe ja nur oben rechts die. Ja. 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 Okay. Ich habe mich übersehen. wenn ich so aktivierung steht es gut donald da sind wir gekommen genau da kommt ich glaube ich noch nicht ran wegen nicht wo jetzt lange schon wieder so ein biergarten ja da ist ja schon der königs felsen sehe ich doch schon dieser wanne ich gehe noch mal damit ab es kann einige situation kommen als nicht einsetzen weil wir hier als mensch habe ich da eine animation aber nicht als löwe das ist auch problem ich dachte ich werde ein schneller anders gab aufgezeichnet brauche ich auch langsam mal da soll ich weiter gehen wie funktioniert das aber auch du bist kein beyblade egal wie sehr du es macht nicht fertig da habe ich gewartet wofür noch nicht verschnitten ist ja nicht das halte werde ich brauchen gegen ende aber noch mal weiter kann leider nicht rufen oder mich mit zwei form verwandeln leider damit hier den roten löwen war blauen löwen verwandeln schade was würde cool aussehen was geht was geht was Was ist das? Du bist so blöd, so ein König. Du bist so blöd, so ein König. Hey, no, it's okay. You better go before Scar finds out you're here. I'm really sorry. Ich hatte schon immer die Animationen im König der Löwen sehr gut, Gesichtsausdruck und so. Ich weiß nicht, wieso. So etwas charmant ist, sag ich wahr. Weil es sich in den Animationsstil, wie soll ich da erklären? Die Mimik in den Gesichtern und so. So Löwen finde ich irgendwie gut gemacht. Ich war Arschen. Auf damit. Wofi macht es, weiß ich nicht. Der ärgert mich. Da gibt es doch jetzt nicht, wenn wir auf den Arm nehmen. Oder sowas von dran. Ja. Weil wir sich verarschen. Hey. Wenn wir in dem Partie schaffen, dann werden wir gelacht. Gibt es ja nicht. So, meine Güter. Gut. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Speicherpunkt in der Höhle. Und dann kann man speichern und den Part hier wenden. Gut. Okay. Ich würde sagen, ich werde die Partie ja und wir sehen uns ja nichts vor. Let's play King Nummer zwei Pfeile Wings. Ich bedanke mich allen für die Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.